Ein neuer Sexskandal an einer Schule erschüttert die USA. Ashlyn Faye Bell aus New Boston im Bundesstaat Texas wird verhaftet, weil sie Sex mit gleich drei Schülern gehabt haben soll. Nun droht der 24-Jährigen eine lange Haftstrafe. Lokalen Medienberichten zufolge arbeitet Bell als Aushilfslehrerin und in der Bibliothek der örtlichen Highschool und soll während ihrer Tätigkeit den Schülern, 16 und 17 Jahre alt, näher gekommen sein. Die Mutter eines kleinen Mädchens habe dann die Minderjährigen zu sich nach Hause eingeladen und sie dort verführt, während ihre Tochter im Nebenzimmer geschlafen hat. Wie der Mirror berichtet, fliegt das Ganze erst durch einen Streit unter den drei Schülern auf. Ein anderer Lehrer hört, wie sich die Burschen darüber unterhalten, wer jetzt die Lehrerin geschwängert habe. Der Pädagoge alarmiert die Behörden, die umgehende Ermittlungen einleiten. Bell wird schließlich festgenommen, vorerst aber gegen eine Zahlung einer Kaution in Höhe von 150.000 Dollar freigelassen. Jetzt muss sie sich vor Gericht wegen dem Sex mit drei Schülern verantworten. Im Fall einer Verurteilung droht der US-Amerikanerin eine sehr lange Haftstrafe.